Mein Name ist Lutz Reinhardt und ich bin Chef von profischnapp.de. Ich zeige Ihnen heute das Modell 4718 Cumuli von Himmola, ein Vollfunktion Sofa Wall Free in Leder Rustica Night, auf Deutsch Schwarz. Das Sofa ist ein Hochlehner mit einem tollen Sitzkomfort, einem relativ kurzen Sitz mit hohem Rücken. Ich kann mich wunderbar anlehnen. Schon allein das ist viel wert, kann hier den Rücken anpassen. Wunderbar. Jetzt gibt es hier in der Ritze zwei Knöpfe für das Ausfahren des Fußteils und für den Wall Free Beschlag, der rein nach vorne schiebt. Mit einem tollen Komfort sitze ich jetzt hier oder liege ich fast, relaxe hier auf dem Sitz, kann jetzt hier den Rücken noch etwas anziehen, damit ich wunderbar das Fußballspiel, das jetzt gerade nicht kommt, anschauen kann. So geht es wieder rein. Ich habe hier zwei Komfortsitze, das heißt, hier kann ich das genauso machen. Nur zwei Knöpfe, ideal für alle, die es einfach wollen. Einer raus, einer rein und basta, das Kopfteil geht manuell. Sie brauchen keinen Platz nach hinten, der Beschlag schiebt rein nach vorne. Ein tolles Teil. Nachteil, das ganze Sofa wird etwas blockig, etwas massig, weil der Rücken hoch ist. Das brauche ich aber für den Hochlehnkomfort. Zweiter Nachteil, Preis. Das Ding kostet regulär bestellt zwischen 3.500 und 4.000 Euro. Wenn Sie es zum Schnäppchen bekommen, dann um die 3, 3, 3. Advertising bei profischnapp.de haben wir dieses Stück jetzt aus einem Kundensturner für 1.888 Euro plus 99 Euro Versand. Einmal bei profischnapp.de gehen Sie auf unsere Homepage und geben oben rechts in Suchenfeld 4718 ein und schon sind Sie bei diesem tollen Kumuli-Sofa. Profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofa. Bedankt Sie hiermit und wünscht Ihnen einen schönen Tag. Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss.